Alter, was gibt es denn hier für Suff und Seife, Alter, Wahnsinn. Suff und Seife, so heißt die Folge. So, ich habe sie, Alter. Ich habe jetzt hier vier Mann platt gemacht, Alter. Boah, 9800 Punkte habe ich gekriegt. Geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Spieler, zwei Scavs. Ich bin richtig gehypt heute irgendwie. Ja, das ist doch gut. Du nicht, läuft doch alles, bestens. Ja, bisher ist es nicht verkehrt. Höre ich da. Worte des Zweifels. Also war jetzt nicht, weißt du, es stehen halt überall, in Großstädten stehen halt nackte Steinfiguren rum. Ja. Da sieht man ja auch einen Billi. Und die haben auch einen kleinen Schniedel, aber. Ey, knache ran. Bist du, hast, bist du wenigstens stattlich bestückt, sozusagen, dass du dich da nicht schämen musst. Nur ein Inhalt, ey. Nur ein Inhalt. Ich habe keinen Rucksack mit Beutel. Ich habe keinen Rucksack mit Beutel. Was? Wer ist denn hier von euch? Na, du hast doch einen Rucksack auf dem Buckel, Alter. Das ist aber Beutel. Das ist ein Beutel. Der hat meinen Rucksack auf jetzt. Achso, das ist Beutel. Danke. Ach du bist das. Ah, okay. Hast du den Rucksack mit? Äh, habe ich schon gegessen. Wollen wir erst zum Emmerkomm-Lager oder wollen wir gleich zur Segemühle? Quest machen, oder? Willst du nicht? Ja, dann sind wir ja gleich in der Nähe. Ich habe wieder Musik angelassen. Ja, du willst, komm, lass uns das scheiß Lager gehen. Ja. Irgendwann hast du so die Schnauze voll, wenn du anderen verreckst. Dann kriegst du schon die Wut und dann schießt du einfach nur aus Prinzip. Aber wieso gehen wir denn jetzt hier rein? Wolltet ihr nicht zum Lager? Ja. Okay. Oh, 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 oh. Der erste liegt. Wer war das? Achso, das war ein rotes Armband. Rotes Armband, genau. Hä? Alter, wieso hast du ein rotes Armband, sag mal? Ey, das war der Beutel. Hier ist noch einer. Der ist tot. Okay. Oh, 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 oh. Sehr gut. Der hustet noch. Ach, das bist du, Benji. Ja. Nur gut, dass wir am Emmercom-Lager sind. Hier gibt es Medizin. Ey, Beule, wo bist du? Er ist tot. Ja, aber wo? Achso, vorne am Eingang gleich. Hä? Wo wir rein... Ich war doch der Erste, Alter. Ja, aber der hat auf mich gezielt, der Idiot. Achso. Ich sehe es ja gerade in deinem Stream. Der hat einfach an dir vorbeigeschossen. Arschgesicht. Hm. Der hat dich anscheinend nicht gesehen. Ja, doch. Ich bin aber gleich in der Ecke gerannt. Ich bin gleich weg, sozusagen. Ich bin total zuerst und ich hatte nur noch 70 Punkte. Und wieder habe ich die linke Maustaste gedrückt und nichts ist passiert. Warte mal. Schnellere Maus. Ich habe doch dieselbe. Oder? Du hast auch die Razor. Ja, ja. Die grüne. Hier liegt der Beute rum. Guck mal, was du nehmen kannst. Dann gucke ich mal, was ich noch nehmen kann. Blau habe ich. Okay. Grazina habe ich, Benji. Helm. Wäre wichtig. Die Weste. Die habe ich halt versichert. Mal gut. Gut. Helm kann ich mitbringen. Kommt vielleicht wieder. Helm. 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 Oh, auch den schönen Kaiman. So. Ich will Platz machen, da könnte ich noch deinen Kontakt mitnehmen. Ich probiere es mal. Wäre doch doof, wenn es dort einfach vergammelt. Nein, wir haben alles. So, wir haben mal das Beute. Cool. Na dann, Benji. So, Vaseline kurz. Oh, was trinken muss ich. Der Container. Wo ist es von raus? Wahrscheinlich am Dorf, ne? An der Brücke können wir. Outskirts und Bridge. Mhm. ZB 14. Ach, gehe ich lieber zur Brücke, das wäre näher. Ja, und da ist nicht so viel los. Mhm. Na dann, komm. Das klingt wie der Papa zum Kleinen so. Na dann, komm. Haben wir es jetzt in zwei Runs nicht geschafft, die scheiß Kamera anzubringen auf Wutz. Was ist da los? Ja. Wutz ist doch sonst immer unser Ding. Ja, aber das Dorf ist halt unser Ding. Das Dorf kennen wir in und auswendig. Kennen wir jeden Nagel im Holz. Oh, er bricht sich. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Von links, von links? Ja. Müssen wir schreien? Ja. Wir müssen den irgendwie umgehen. Flankieren. Aber möglichst so, dass er es nicht mitkriegt. Also er hat mir nicht viel abgezogen. Ich weiß halt nicht, ob es ein Scrap ist oder ein Spieler. Es wird ein Spieler sein, denke ich. Hat er nicht viel abgezogen? Nee. Na gut, aber... Schon egal. Ich will nicht, dass er Scope hat und uns einen Headshot verpasst. Ich bin nochmal hier an dem Felsen. Du rennst, ne? Ja. Oh, der läuft links. Er schossen oder hingelegt? Warte, ich komme hinter dem Felsen vor. Nein, das finde ich so 100%. Der ist auf jeden Fall runtergefallen. Nee, jetzt habe ich auch mal mein Bier vorgegeben. Ja, der ist ja ungefähr dort, wo du bist. Ja, der hat das Zeitliche gesegnet. Super. Aber das war da bestimmt auch eine Tasse oder sowas, ne? Hm, sah aus wie ein Skeff oder so. Hm, genau. Aber dass er mich so zerrobt hat auf die... Hm. Also nicht zerrobt, aber... Ja, getroffen auf die Entfernung, oder? Mit so ner Scheißschrumpfen? Ja. Benji, wo bist du? Bist du schon drin? Ich verstecke ihn. Ist aber rechts gegangen. Ich höre jemanden spriten. Von wo? Links. Also vom Schweinehaus? Ich bin jetzt im Schweinehaus drin. Ah, okay. Dann bist du das. Den schaue. Ich bin am Zaun lang gegangen. Also außenrum, sozusagen. Ich höre hier was. Das finde ich. Ich höre zwei was. Ja, das war ein Skeff, der da draußen stand. Okay. Ich bin hier drin. Im Nachbarhaus. Also in meinem Haus habe ich auch was gehört. Das war bittig, weil der halt zum Fenster reingeguckt. Das speich ich mal. Das sah lustig aus. Weil der hat auf dich gezielt, aber da kam ich. Oh, 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 oh ja. Das kann man auf den Flasen. Das hat sich verpisst. War das auf dich? Nö, ich habe auf den Skeff geschossen. Ach du hast er was geschossen. Hm. Hast du? Nö, er ist weggerannt. So, in die Ecke. Ich renne mal rüber. Da wo ist das? Da wo ist das? Hast du? Ja. Super. Und schon wieder Zucker gefunden. Ich kann es nicht mehr. Gehen wir zu deinem Haus? Ja. Mann, 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 Mann. Da liegt da hier ein Gebüsch. Der Penner. Er hat sich doch angekündigt. Was habe ich nicht gehört? Nicht. Du hast es erzählt, ja. Das habe ich zu ihr gehört bis hierher. Beep und Wodka stand in der Matze. Ja. Alter. Warte mal. Draußen schleicht einer durchs Unterholz. Also ich war gerade im Schuppen. Bei deinem Haus. Ach so. Ich weiß nicht, ob das mit deinem Sturzern klang. Naja, das klang halt wie Gebüsch so ein bisschen. Nee, gib ich Spaß nicht. Als ob einer durch trockenes Laub raschelt. Läufst du auf Holz? Ja. Jetzt nicht mehr. Das kam von rechts irgendwo. Ach so, du bist an meinem Haus. Ja. Ach so. Ich bin ja gerade im Beutelshaus. Ne, hier ist einer bei mir. Bei dir ist einer? Ja. Ja. Okay, ich guck mal durch den Garten. Spieler, glaube ich. Okay. Er schleicht verdächtig. Du bist drin? Mhm. Ich sehe keinen. Ich gehe mal auf meinen Holzstab. Wo bist du? In deinem Haus. Ach so. Na ja, da kannst du gucken wie du willst. Wenn ich hier bei Beutelshaus bin. Na ja, über den Gartenzahn wollte ich gucken. Weißt du? Ich komm drüber dran. Gut, ich bin hinten im Schuppen bei mir. Alter, was gibt es denn hier für Suff und Seife? Alter, Wahnsinn. Suff und Seife. So heißt die Folge. Geil. Suff und Seife. Ach so, das ist ja ein Live-Steam. Das ist ja gar keine Folge. Aber ich will ja immer mal noch Filmchen draus machen. Aber es ist halt eben... Wie sind wir jetzt? Bei fünfeinhalb Stunden fast. Das ist doch nicht glücklich. Sicher ist meiner. Suff und Seife. Suff und Seife. Muss mein Rucksack hin? Ach hier. Suff und Seife. Na ja. Boah ey, ich bin schon wieder voll Benji. Aber wo ist denn der, den du gehört hast? Ja, er war wahrscheinlich hinterm... Na jetzt sauf ich alles. Hinterm Zaun draußen vermutlich. Also du bist ja, rennst ja noch auf dem Grundstück rum. Er war wahrscheinlich hinterm Zaun. Ja. Wir können ja mal einen Blick riskieren. Ach Spratz. Spratz. Was? Ja dann hau mal ab oder? Ich bin über voll. Ja. Hab ja auch Beutelis einen Knarren und so. Mhm. So unter Strom stehe ich noch. Ja. Unter Strom. Noch gute drei Minuten. Wenn morgen der Bitcoin nicht besser ist, dann wird es echt problematisch. Muss ich direkt mein Bitcoin in Benzin umtauschen. Was ist denn so ne Solarstation? Oh, 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 von oben. Von oben, vom Berg. Fahrzeug. Ja. Was für ein scheiß Schütze, Alter. Ja, total. Ja. Total. Er hat ja nicht mal einen Schuss getroffen. Ne. Wir können eigentlich rüberrennen, oder? Dann gehen wir wieder raus, ja. Ja. Oh, vielleicht will er ja kämpfen. Warte, ich hau mal meinen Rucksack hier in die Ecke. Vielleicht sucht er ja den Nahkampf. Was war das für ne Taster? ZZ. Na ja, dann hau mal ab, oder? Oder? Nee. Noch einen Rucksack aufziehen und dann... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er schießt euch einen Zaun, oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin draußen Benji Ich muss mich erst mal heilen Hast du? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwas gesehen Ich habe mal provisorisch paar Granaten gefeuert Hörst du was da draußen? Rascheln? Nee Das war doch dann bestimmt dieser Idiot, den ich rascheln gehört habe die ganze Zeit Ich bin wieder relativ gut geheilt Okay Wo bist du Matzer? Ich höre dich drin klappern, ich sitze direkt draußen vorm Schuppen Auf der Frontseite, weißt du, wo hier diese Kabeltrommeln liegen Wo war mein Rucksack? Mein Rucksack liegt noch irgendwo Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den hingeschmissen habe Scheiße Ich komme jetzt raus, ja? Jetzt reicht es mir mit dem Idioten Jetzt hole ich mir das Gehen Bock mehr hier auf den Idioten Ja, sonst schmeiß ich auch nur einen Dreck Benji So, den ersten habe ich über den Haufen geschossen Ich muss erst mal was trinken Ich habe nur noch zwei Wasser Wieso kam denn hier der Schuss an die Wand, alter? So Ruhe im Karton Bitte, platt gemacht Ja Alter Ich hatte jetzt die Faxen dicke mit diesem Affen-Theater Also ich werde jetzt mal zum Ausgang gehen, Matzer Ja Tut ihn in Ruhe Oh, der hat auch noch eine M4 Aber wenn ich wüsste, wo ich meinen Rucksack hingeschmissen habe Na, hinter mein Haus äh, in die Ecke Okay Also quasi bei meinem Haus in den Schuppen äh, neben dem Schuppen in die Ecke Ah, gut Kommst du, Benji? Ich bin, dass ich da hier durch die Büsche geht, ja Achso Alter Aber ich komme jetzt nicht rüber oder so Ich höre doch hier noch einschleichen Ich höre doch hier noch einschleichen glaube ich Lauf' ich kurz Gehen wir dahinter meinen Schuppen? Na, ich bräuchte mal ein bisschen Verstärkung, es sind zwei Mann glaube ich noch Ja, ich musst du erst mal kurz heilen Ja, ich auch, mein Arm zieh dort Wo bist du jetzt aktuell? Ich bin in der Garage drin und er ist direkt neben der Garage Okay Aber nicht Straßenseite, sondern Waldseite Mhm Ich gehe außenrum Oh, jetzt fang ein paar Pinkeler Schenke Meine Bodyarm ist runtergeschossen Ich muss dann auf jeden Fall mal raus, weil ich habe nur noch vier Energie Also Wasser Räuf'st du? Ja Ich bin tot Der ist äh Genau zwischen den beiden Häusern im Wald Jetzt nicht mehr Sein Kumpel kommt noch So, ich habe sie alle Ich habe jetzt hier vier Mann platt gemacht, alter Krass, alter Das wird doch gar nichts Oh, Benji, warum bist du noch gestorben, alter? Euer Benzinkanister, alter Oh Guter Lutz, sozusagen Mhm Ey, ich habe kein Geld mit Benji Oh, nein Eigentlich ist er Ja? Nee, oder? Jetzt muss ich hinten zum Outscourt raus Total überladen Oh, je, jemand schießt auf mich Oh, ja, ich bin raus Ja Ey, das war knapp Jetzt machen wir deinen Stream an Bitte wissen, was du gelootet hast Oh, da Ja Das ist das, was ist denn der Matze? Der Matze leitet das ganze Kartenente Das andere Kartenente Ja Oder Matze leitet gerade, oder? Drei, ah, 3500 Rubel Geil Hast du das gefunden? Ja Nee Das gibt's doch nicht Also wenn du da jetzt nicht rauskommst Ja, ich muss bloß mal gucken Oh Eine OPSKS, die ist auch schön So Benji Mhm Nee, warte ich Das ist mein Skeff Ja, ups Ja, jetzt pass mal auf, alter Und das Guck dir das mal an Ich hab die Kopfhörer Ich bin mit nichts rein in den Raid Hab die DT MDA rausgeholt Diese Slick-Weste Was hat denn die Boah, die haben wir sechs Sowas hat ich ja noch nie Fick dich, alter Warte Okay, der hat noch vier Also hast du gesehen, da war noch der drin Und dann, na gut Das ist alles nicht so toll Aber hier 60 Gramm Ist jetzt Benji, ich weiß nicht Alter, wie soll ich das jetzt hier unten kriegen Den Rucksack erstmal als Rucksack da rein Weißt du, als Ganzes Ja, bei mir sind aber alle besetzt Nee, ja, aber da musst du halt mit Platz für den einen Rucksack machen, wo du jetzt die anderen Rucksäcke drin hast Das meine ich, weißt du Du kannst ja den DT zum Beispiel überdrehen Was hat er für Munition 61, zwei Schuss Das ist verschränkter Platz Ja, ich weiß Ich kann ja mal so weit machen Geht nicht hier in dem Menü Das haben sie schon schlau gemacht Warum kriegst du auch für quer rein? Ich muss überlegen, ob ich das hier irgendwie komprimiere Oh, ja, fünf Minuten habe ich noch Wo ist der Rucksack? Wo habe ich den hin? Leute, Leute, wo ist der Rucksack? Ach, hier In der einen Hecke, genau Bei meinem Haus Oh, scheiße, was nehme ich denn jetzt mit? Das weg, das weg, das weg BD, das weg, das weg Aber ich kriege es trotzdem nicht alles raus Rotor brauche ich eigentlich Clash brauche ich nicht Ne, Portal ist nichts Portal ist nichts Boot ist irgendwas Das ist nichts Wow Das hat alles Was machst du immer? Heute trudd little Das hat alles 12 Jetzt finances Das ist Mit alerts PER People kolej Ins Jetzt decken wir eine Zeit, eine Minute passt noch für den Scheiß, wach? Ja, ja. Danke, Benji. Ne, ich mein's noch kurz. Hey, hoffentlich ist das Auto da. Ja, ist da. Du hast es ja alle umgelegt, die da hinwollten wahrscheinlich, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie viel XP du jetzt rausholst. Ja, ich auch. Ich hab ja vor allen Dingen noch MM-Erkommen, hab ich ja auch noch einen umgelegt. Stimmt so um die 6.000, 7.000, ha? Dankeschön, ja. Aber ich bin noch vorgestorben wie so ein Tier, Alter. Mir war's alles scheiße. Ja, ich hatte einfach nur noch die Wut, Alter, auf diese Idioten, die uns von irgendwo beschossen hatten. Und dann dieses Geraschel da draußen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich dachte mir, da ist doch einer. Aber dann kam ewig nichts. Und dann hingen die Idioten vier Mann irgendwo in der Pampa rum. Boah, 9.800 Punkte hab ich gekriegt. Boah. Geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Spieler, zwei Scavs. Und fetter Loot. Bester Run, hm. Heiß. Das ist doch ein schöner Abschluss heute. Ja, ich hab mal keine Lust Schluss zu machen, aber es sind fast sechs Stunden, das reicht.